Mehan und Katte Swimple Don't Tag, Royal Abiff endlich vorbei! Gute Miene zum bösen Spiel? Dieses Wochenende legten Herzogin Katte, 36, und Herzogin Mehan, 36, ihren ersten gemeinsamen Auftritt hin. Beim Wimple Don't Finale in London erschienen die Schwägerinnen Seite an Seite – ein Anblick, der den Fans der britischen Royals bislang verwehrt geblieben war. Immer wieder machten Gerüchte die Runde, die Frauen der Prinzenbrüder William und Harry seien nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Mit seinem Damen Date konnte das Duo die Welt jetzt jedoch vom Gegenteil überzeugen, Katte und Mehan scheinen sich blendend zu verstehen. Seit die beiden bürgerlichen Frauen in die Royal-Familie eingeheiratet haben, sind die Augen der Öffentlichkeit auf sie gerichtet. Während Katte bereits als alter Hase im Herzogenen-Business bezeichnet werden kann, gilt Mehan als absoluten Ego-Mehren. Immer wieder werden die 36-Jährigen miteinander verglichen. Böse Zungen behaupteten, Katte stoße der Wirbel um die einstige Schauspielerin bitter auf. Am Tag der Traumhochzeit ihrer vermeintlichen Rivalen lächelte die Dreifach-Mama kaum und kurz vor der Taufe ihres jüngsten Sprosses Prinz Louis soll sie sogar mit dem Gedanken gespielt haben, Mehan auszuladen. Hinzu kommt, dass offenbar beide um die Gunst von Queen Elisabeth Hill 92, Bullen wollen. Bei ihr soll Katte einen Stein im Brett haben. Von dicker Luft und Konkurrenzkampf herrschte in Wimpley Don jedoch keine Spur. Ganz im Gegenteil, wie gute Freundinnen wirkten Katte und Mehan beim Tennis-Match. Glaubt ihr, dass der angebliche Beef jetzt vorbei ist? Stimmt ab! Stimmt ab! Stimmt ab!